Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Grounded. Freunde, wir sind immer noch hier in unsere kleine Dose. Ja, die einen oder anderen mögen es zwar nicht, aber... Ich verstehe es nicht. Freunde, äh, ich hab was gemacht. Ich war ein bisschen fleißig. Geht mal bitte weg hier. Ja, schönen Dank auch. So, warte mal. Wer klaut jetzt hier? Nein! Wartet, hab ich's doch nicht so weit gebaut? Oh, oh. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich erklär euch gleich hier, was ich hier alles gemacht habe. Warum kommt denn... Ach. Wie kommst du denn hier rein? Ich verstehe es nicht, Leute. Warum können bestimmte Käfer... Obwohl, guck mal hier. Diese Kiste wackelt jetzt. Aber wir gehen mal jetzt ganz kurz raus. Wie? Da ist keiner. Da drinnen. Wird aber gepl... Geplündert. Hm. Okay, warte. Hab ich nicht mit dabei. So, warte mal. Geh mal bitte weg hier. Ameise. Easy, easy. So, die ist tot. Ey, ich hasse das. Ich muss das irgendwie machen. Ich hab jetzt extra einen Zaun drumherum gebaut. Ich dachte, es funktioniert. Aber... Die bagnen sich alle rein. So, was ich bemerkt habe, wenn man trinken, alles auf dem Tiefpunkt ist. Ihr seht ja unten links. Solange mein Essen nicht auf Null ist, sterbe ich nicht. Bedeutet, das hier, das wollte ich euch ja schon mal zeigen, ähm, das hier, ähm, fängt ein bisschen die Tropfen auf, wenn es in Anführungszeichen regnet. Regnet aber nie. Ähm, wie gesagt, kann ich trinken von. Dann, hier wachsen Pilze. Ja, wachsen wirklich Pilze. Dann, ähm, das hier ist ein Melken Smoothie. Ich weiß aber nicht, was das jetzt genau sein soll. Können wir ja ganz kurz mal gucken. Hier ist eine kleine Raupe. Pick three items to mix a freestyle. Und ja, dann nehmen wir das hier. Dann nehmen wir das hier. Und, ja, was kann man denn noch nehmen? Nehmen wir einmal noch mal Pilze. Ähm, dann einmal kochen, bitte. Hey, und was kann das? Hey, können wir später mal trinken? Warte, dann machen wir ruhig noch einen. Vielleicht ist das ja wirklich was Gutes. So, was hat sich noch getan? Ja, eine Werkbank ist hier. Mein altes Lager da hinten ist komplett weg. Hier haben wir einmal so eine Feuerstation, ähm, damit wir Essen und so weiter kochen können. Aber Essen hält hier nicht lang, sagen wir es mal so. Dann, ein Zaun, habe ich einmal komplett herumgebaut. Geht eigentlich. Und, ja, da ich gerade überlege, ich glaube, hier könnten wir ganz kurz auch nochmal eine Wand langziehen. Ja, besser kriege ich es jetzt nicht hin. Ich denke mal, daneben sollte jetzt keiner durchkommen. Ja, jetzt heißt es ganz kurz, alles fertig machen. Und dann sollte keiner mehr durchkommen. Ich hoffe es. Das sind die letzten. Bam. Ja. Wenn jetzt noch jemand reinkommt, dann ist es aber extrem buggy, weil dort, da kann niemand mehr durchkommen. Und springen können sie ja auch nicht. So, okay, trinken ist jetzt nicht da, Essen ist immer noch nicht da. Hm, komisch. Die Base habe ich euch ja jetzt gezeigt, ne? Hier sind meine drei Kisten. Ja. Ist auf jeden Fall top. Und, ja, hier gibt es ansonsten nichts mehr zu zeigen. Ich werde vielleicht noch oben, dass wir hier eine Treppe hochgehen. Und dann oben werden wir irgendwas platzieren. Vielleicht wird da am Ende die Base hinkommen. Ich weiß es zwar nicht, aber das werden wir sehen. Hi, Kleiner. So, und jetzt müssen wir dort zu diesem... Ja, für mich sieht es aus wie ein Snowboard, aber... Ja. Ihr kennt das. Oh, oh. Ach, nicht dieser Käfer, oder? Das ist doch der, der so Schleim spuckt. Ja, er will sogar zu mir. Bitte gehen Sie bitte. Okay, er kommt nicht. Pass auf, wir gehen schnell in die Höhle rein. Hoffen wir einfach, dass er nicht mitkommt. Und er kommt nicht mit. Sehr schön. Jetzt heißt es aber, aufpassen. Wir müssen jetzt hier rein. Ihr kennt es ja. Hier ist so eine Computerstation. Ich glaube, neues haben wir ja nicht gefunden. Nee. Und hier hinter... ...waren diese ganz komischen Insekten. Keine Ahnung, was das für Insekten waren, aber... Oh, oh Gott. Ich habe gedacht, die schläft. Ruhig. Ruhig, meine Kirche. Ruhig. Tö. Ähm. Ist das deren Ernst? Hä? Wie viele sind das denn? Warte mal. Äh, ja. Gut. Äh, sollten wir eigentlich schaffen. Ähm. Energie haben die jetzt auch nicht so viel. Wir zwar auch nicht, aber... Ist nicht schlimm. Sollten wir trotzdem schaffen. Einfach rauf da. Ansonsten nehmen wir hier einen Bogen. Äh, ja. Ähm. Ich glaube, das können wir knicken. Alles klar. Ich bin mit zwei Treffern tot. Und diese ist eine ganze... Höhle voll. Warte mal. Warum bin ich hier? Ist mein Bett abgebaut? Mein Bett ist abgebaut worden. Das waren vorhin die Sachen, die ich aufgehoben habe. Packen wir es einfach mal hier hin. Bau hin, bitte. Gut. So, mal schauen. Ich bin mir nicht sicher. Pass auf. Wir machen das jetzt einfach so. Ich speichere jetzt wirklich hier vor. Und wir versuchen durchzuraschen, okay? Ich kann nicht speichern. Alles klar. Dööö. Oh. Ach, du Kacke. Warte. Vielleicht können wir ja wenigstens einen töten. Eine Lava. Was ist eine Lava? Guck mal. Wenn ich sie einmal treffe, die hauen sofort ab. Komische Viecher. Ey, das sind... Keine Ahnung. Ich bin umzingelt von denen gleich. Pass auf. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Höh. Hey, hier ist jemand rausgekommen. Wie hast du denn das geschafft? Grüß dich. Geh bitte. Okay, wie gesagt. Zweimal treffen bin ich tot, ne? Zweimal treffen. Kusch dich. Okay, er ist gleich tot. Bam, Junge. Du kleines, ekliges Ding. Alter, schaut euch deren Gesichter an. Oh, ich höre... Warte, da ist noch ein Eingang. Hey. Schön auseinandergefetzt. Was kann ich denn jetzt aus deinem Körper machen? Zeige mal her hier. So. Oh, wir haben den Kopf. Sehr schön. Lava Spike. Bestimmt irgendeine Rüstung? Oder zum Schutz irgendwas? La... Wow. Haben wir ja richtig viel gemacht hier. Oh Gott. Eine Malinkäfer. Und wir gehen mal hier lang, ja? Vielleicht ist hier sicherer? Ja gut. Man kann hier höchstens schwimmen. Oh, Secret oder was? Was haben wir denn hier? Jetzt kurz zurückgehen. Okay, Stühle. Dann hier, da. Eine komische Maschine. Ja, aber nicht, was wir benutzen könnten. Oder noch nicht. Hm. Strange. Egal, weiter. Das ist mir egal, was jetzt passiert. Wir springen einfach durch. Okay, Baby. Durch. Hallo. Hallo, Mosheri. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Dürr. Und alle kommen hinterher. Ist egal, wie soll. Hallo. Maulwurf. Ey, Maulwurf hätten sie echt hier einbauen können. Ach, Kacke. Sie kommen wirklich hinterher. Ähm. Wow. Hallo, du Ekelschuld. Dürr. Die sind echt stark, Mann. Überlegt mal. Zwei Treffer. Ich bin tot von denen. Ja, da zippst du kurz, ne? Ich sag's dir. So schwach bin ich nicht. Dürr. Ja, come on. Wie ist die Ameise hier reingekommen? How? Wie einfach? Ich weiß. Hat bestimmt meine Sache angefasst. Ja, dann nehmen wir mal lieber unsere Sache mit, wa? Drecksicher. So, pass auf. Wir haben eine Quest. Wir müssen eine Soldatenameise töten. Vier. Oh Gott. Und dann Fallen Oak Brunch und Rake Rock Point müssen wir suchen. I don't know. Also würde ich schon mal sagen, wir kümmern uns als erstes um die Ameise. Easy peasy. Machen wir. Ha. Perfekto. Ja, Leute. Wir töten sie ganz kurz, ne? Also, ich hab ja genug Pfeile mitgenommen. Wir könnten sie auch eigentlich mit dem Speer töten. Gib mal meine Pfeile wieder. Arigato gozaimasu. Soldatenameisen. Die können gar nichts. Ja. Schön habt ihr es hier. Okay. Eins, zwei, drei. Dann müssen wir leider noch eine, äh, vierte finden, ne? Die wir einfach so töten können. Ja, sie ist der erste Ameise. Ist tot. Nächste dran. Hey. Muck mal da links nicht so auf, okay? Ich sag's dir. Ich schwör's dir. Ich reiß deinen Kopf ab. Jo, sehr schön. Und die nächste Schaum wieder weg. Ameise, lebe wohl. Sehr schön. So, was haben wir eingesammelt? Jo, sehr schön. Ich glaub, damit können wir ja auch, äh, irgendwas analysieren. Hoffe ich doch mal. Okay. Und jetzt fehlt noch eine Ameise. Hängst du? Nein, hängt da nicht. Ja, dann verliere ich doch eh. Du, oh Gott. Ich will weg hier. Warte, bitte. Bogen können was machen. Komm, weißt du einmal zu? Sehr schön. Ja, okay, 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 okay. Können wir machen. Ah. Mitten in die Fresse rein. Oh mein Gott. Und ich bin gleich tot. Okay, und weg hier. Sie kommt hinterher. Häng hier irgendwo fest, Mann. Häng irgendwo fest. Ey, wartet mal. Wenn sie ja mitkommt. Komm mal raus, Schätzelein. Ah ja, das mit dem Bogen ist gerade sehr schön, um zu schießen zu können. Sie kommt nicht raus. Ach, du verkackte Ameise. Kannst du bitte gehen? Aber egal, ich habe einen Trick bei der Ameise. Wenn ihr gegen eine Ameise kämpft. Nein. Ja. Sie ist rausgekommen, oder? Ja, sie ist rausgekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, 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 gut. Wir sind noch safe, okay? Hey, Soldier, and... Na? Was? Jo, ich habe es geschafft. Oh mein Gott, sie ist mir aus, keine Ahnung, 10 Meter Entfernung. Okay, da wären es eigentlich in Real Life 10 Millimeter oder so gewesen. Aber die hat mich angesprungen. Oh Gott, bloß alle Pfeile einsammeln. Und dann zum nächsten Ziel. Hier sind wir jetzt eigentlich durch. Wir haben sie getötet. So, Freunde, easy. Ich weiß, wo wir hin müssen. Wir müssen als erstes hier unten hin. What the hell is that? Was ist das denn? Ein Chimikäfer oder so? Ih, es ist ein Vergammelter. Hey, oder... Was ist mit denen? Hä? Leute, gibt es hier kranke Tiere? Äh, guck nicht. Ein Infiz... Höh! Höh! Nein, oder? Höh? Okay. Es gibt Infizierte hier? Alles klar. Das wusste ich vorher noch nicht. Okay, ich dachte, es kommt ein neues Viech oder so. Okay. Jetzt geht es hier rüber. Alles klar, das sollten wir eigentlich schaffen. Ja, ja, ich bin durstig. Das... Dein! Ey, das darf doch jetzt nicht wahr sein, oder? Ja, guck mal, doch. Man kommt hier doch auf. Guck mal. Einfach hier hin. Wir müssen jetzt auf diesen spuckenden Käfer aufpassen, weil den gibt es ja auch noch. Ey, warte. Das ist gar nicht mehr hier. Ja, cool. Nehmen wir mit. Und das hier. So. Nein. Stimmt ja. Oh, muchas gracias. Hey, warte, 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 warte. Ich will es nicht setten, Dings da. Oh Gott. Ey, das hätte fast mein Leben ruiniert. Äh, okay. Äh, wie benutzt man das jetzt? Wie benutzt man nochmal dieses fliegende Ding? Ja, gut. Äh, äh, Shift oder was? Ich glaube, dafür muss das hier weg. Ah. Okay. Ausrüsten und dann nochmal Shift drücken. Wo ich Shift gedrückt habe? Naja, ist ja auch egal. So. Und jetzt müssen wir hier oben auf diesen Ast drauf. Sollte auch kein Thema sein. Guck mal. Easy peasy. Auf, auf. Jetzt geht's hoch. Na, was haben wir denn jetzt hier oben? So. Gehen wir auf. Ah, guck mal. Da ist es. Sind wir jetzt an der höchsten Stelle? Ah, guck mal. Wall-E, wir kommen. Wir müssen jetzt wieder auf zum Baum. Wall-E wartet auf uns. So, warte mal. Drei ausgerüstet und... Es geht nicht. Hä? Sollen wir sehen. Und Shift drücken. Ach, jetzt geht es. Ja, alles klar. Und eben gerade hat nichts funktioniert. Wie gesagt, ich habe alles gemacht, was ich machen sollte. Aber es ging nicht. Ja, dann wollen wir doch mal. Wall-E, wir kommen. Wall-E. Digga. Wir sind fertig. Es gibt keine Quests mehr. Okay. Das ist ja strange. Okay. Wir haben jetzt hier keine Quests mehr. Aber, ähm, wie spielt man das Spiel durch? Falls ihr das wisst, schreibt mal unten in die Kommentare. Gibt es denn ein Endziel, was man erreichen muss? Aber die Frage ist halt wirklich... Was ist das Endziel? Das würde mich wirklich interessieren. Was ist das Ende? Was soll man erreichen? Komm, und da ist noch eine Dose. Jetzt sagt nicht, die ist unbesucht. Calvo kann. Ah gut, hier ist Wasser drin. Ey, warte, das wäre... Ist es gut oder nicht gut? Okay, ist nicht gut. Dann, äh, habe ich nichts gesagt. Ey, wäre aber auch eine übelst geile Base. Oder hier oben im Blumentopf rein. Ah, nee, habe ich nichts gesagt. Und was ist da runtergefallen? Ne, Zitrone? Hätte ja sein können. Flowerpip... Tal? Hier war ich noch nie. Das scheint eine andere Pflanze zu sein. Nehmen wir alles mit. Was ist das hier? Nektar. Schön, alles mitnehmen. Oh, was haben wir denn hier für eine Dose? Oh, schöne Dose. Ist die größer als meine? Ich weiß es nicht. Und das Geile ist, hier war jetzt gerade eine Blase drin. Das bedeutet, hier oben, ähm, dass man die ganze Zeit alles nachfüllen kann. Ey, das wäre perfekt gewesen. Okay, aber hier ist gefährlich, ne? Das ist doch für Wasser oder nicht, damit zu Garten gegossen wird. Ja, sieht so aus. Eine Sprenganlage. Oh, was ist das denn? Bestimmt damit, wa? Clay mit einer Schaufel? Eine Schaufel habe ich leider nicht mit. Okay, was ist das denn? What the hell is that? Okay, ich weiß nicht, ob das hier ein Haus... Ne, das ist eine Bank, aber... Under Construction. Tch, sehe ich. Ich kann trotzdem hier rein. Hey, aber was ist hier? Ich glaube, hier befindet sich nichts einfach, oder? Alles klar, also kann man sich darauf einstellen. Das wird in Zukunft auch noch kommen. Eine Bank. Okay, also bedeutet, das, was ausgeleuchtet ist, ist belebt. Das, was bestimmt eventuell drumherum ist, da gehen wir ganz kurz mal lang, das ist noch nicht so komplett belebt. Aha. Also eventuell, ich weiß ja nicht. Oh Gott, warte mal, das ist ein riesiges Gebiet. Das könnten wir, wenn in der nächsten Folge machen. Ah, wir sind immer noch unter Under Construction. Na gut, da können wir da auch nicht rauf. Ja, sieht man. Ey, genau, was ich ausprobieren wollte. Wartet mal. Alles klar, passt mal auf. Dann ist auf jeden Fall noch hier oben das Gebiet und hier das stinkende Gebiet. Diese zwei Gebiete, äh, Gebiete, sind noch für uns wichtig oder relevant. Und da mal gucken. Wie gesagt, da bin ich gespannt, was ihr unten in die Kommentare reinschreibt. Ey, aber dann müssen wir uns jetzt demnächst die Gasmaske mal machen. Entweder nächste Folge ab hoch in dem da hin oder halt da ins stinkende Land. Ich glaube, ins stinkende Land, da gehen wir rein. Okay, hier unten rechts ist natürlich auch noch was. Dann gehen wir auch noch hin. Okay, dann haben wir schon mal für die nächsten drei Folgen haben wir was vor. Gut. Okay, wir sind wieder am Anfang. Ja, Freunde. Ey, da müssen wir gucken, wie gesagt, was wir dann in der nächsten Folge machen werden. Aber ich denke mal, drei Folgen kriegen wir locker noch hin. Und dann mal gucken. Da bin ich mal gespannt, was ihr noch so schreibt. Was das Endgame jetzt hier ist oder ob es überhaupt ein Endgame gibt. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch natürlich gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017